Vor drei Tagen führten wir einen Einsatz in der Stadtmitte durch. Zurück! Geh zurück! Unsere Männer fielen einfach um. Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir Antworten brauchen. Schnell. Zuerst hat unsere Funkaufklärung es als Interferenz abgetan. Sie haben mich doch nicht wegen einer kleinen Interferenz einfliegen lassen. In den letzten Wochen haben wir verstreut Leichen in der Stadt gefunden. Sie wurden auf die gleiche Art umgebrochen. Sie haben für die Sicherheit, unsere Jungs zu sorgen. Jetzt brauchen wir Ihre Hilfe. Die bringen Sie in die Nähe von diesem Ding. Wir wollen Ihre Einschätzung klein. Was zur... Schießen Sie! Oh Mann, die Kugeln sind durch ihn durch. Die sollen da verschwinden. Und alle da raus, sofort! Komm schon! Nun, fahr schon! Gibt's ne Erklärung für das, was Sie gesehen haben? Nein. Die Weichung! Innen! Bewegung! Nein! Es kann sich grenzenlos ausbreiten. Wenn wir es nicht auffallen. Es kann sich grenzenlos ausbreiten. Es kann sich grenzenlos ausbreiten.